Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town Wir spielen so selten, der Bro Mit Anne, Granz, Agipi, Shigo, Horchi, Kapuze, Nephias und als Gast haben wir die Flash dabei Hallo Flash, sag mal Hallo Flash! Hallo Flash! Zu den Gästen ja immer nett Backflash Nur zu den Gästen, aber auch nur beim ersten Mal Ja, das nächste Mal kann's schon beleidigt werden Oh Horchi, das kann man auch falsch verstehen Ich bin in uns Ich brauch ne neue Items Wir haben neue Items, nen Katzenlauncher, aber der ist verboten direkt Der wurde neu eingeführt und direkt verboten worden Der Muschikatzenlauncher Und dann kann man sich in nen Prop verwandeln Der Traitor kann sich in nen Prop verwandeln Und es gibt die Suizidbombe bzw. die Märtyrerbombe Dass du, wenn du stirbst, noch ne Granate auf den Boden biebst Machst du das automatisch? Ja, das machst du automatisch Ah ok Ey, wer kommt da hoch? Ey, wer will hier Sniper hoch? Ich will Sniper hoch Ich will Sniper hoch Ich will Sniper hoch Ich hab nichts gemacht Flashy Ja, ich hab da Lukat getötet Das war meine erste Aktion Flashy Ich hab ein Lieb machen hier Ja Ich hab nichts zu verlieren Ich bring mich doch selber um hier Es ist so hoch Stargepear hat kein Leben mehr Ich hab keine Rifle Was mach ich denn jetzt? Vorsicht Oh 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 Wow, Red Crap Wo soll ich hin? Shit Oh, Leck Ist schön hier Es ist wirklich schön hier, muss ich sagen Hast du gesehen, wer das war, Flash? Keine Ahnung Könnte Shiro gewesen sein? Ja Nein Ich bin doch gerade erst hier hoch gekommen Stirb Craps Stirb Craps Au Craps ist nicht mal dabei und er soll sterben trotzdem So, ich komm hier wieder runter Da ist ne Headcrap hinter dir her Horchi Au Ja, meins Au, oh Er schießt hier Au, ich werd von der Seiden Sniper angeschossen Das bin ich ich Das bin ich ich Ganz oben auf den Turm Oh, ich bin tot Nein Ja, bin los Ganz oben, ah ok Hast du ihn? Nein Nicht getötet Bei Grants ist ihr Nasen Shigo ist hier im Turm, Leute Ja Sehr auffällig Sie hat die Lachen rausgeholt Ich bin tot Scheiße Die ist ein echt Thailänder Also haben wir, haben wir eine Ver... Warte mal, belebt wir doch alle Shigo Ich Defi Flash Grants Ich glaube, es ist wirklich Shigo Nein, ich bin's wirklich nicht Aber... Scheiß Treppe Was? Ja, dann ist es Dalu halt auch Aber er ist ja tot, oder? Hat Anna nicht gesagt, dass Nephias die Gesheiden-Snipert hat? Nein, nein, nein Er hat gesagt, vom Turm aus Aber am Turm ist keiner Ja, ich... Aber auf dem ganz großen Turm war ja nur ich drauf Und ich hab ne Headcrab... Headcrab Launch schon gesehen Hast du einen Schuss gehört? Einen Schuss hab ich nicht gehört, nein Und ich hab ja nicht mal was Ich hab ja nur ne Shotgun und ne Diegel Wie soll ich da schießen, ey Triff ja niemanden Hör mal auf dich Flash so anzunähern Ja Flash Stop it Stop it Stop it Oh Gott, ich werde verfolgt Werde verfolgt So, so Was geht hier ab? Was geht hier ab? Flash, lebst du noch? Ja, ich leb noch Ich verfolge Kapuze Ja, ich leb noch Ich verfolge Kapuze Ich hab ein bisschen Angst so Wer lebt denn noch? Wie viel lebst du noch? Ich leb noch Ich hab ihn noch Nephi ist hier bei mir Es sind schon so viele Toten und... Hast du dich gekillt? Wen? Was? Dalu Ja, den hab ich gekillt Warum? Ach, wir haben nur so getan Dann... Dann wurde es plötzlich ernst Wir haben nur gespielt Dann wurde es plötzlich ernst Oh Mann Ich weiß nicht wie es passiert ist Bist gestolpert, ja? Wo bist du immer noch am Turm? Weil ich bin runtergegangen Warum glaub ich ihr nicht? Ich weiß es nicht Irgendwie wirkt sich ja voll hektisch Nee, ich hab noch... Ich hab noch gar nichts gemacht Oh shit Was war das denn jetzt? Wo ist Nephi Grant? Nephi war hier bei mir am Turm Irgendwie ist diese Leiter hier kacke Bist du auf diese große? Wow Jaaa Aber das ist jetzt schon 10 Minuten her Das von hier geschossen wurde Warte, geh ich... Ich geb mal... Da ist bestimmt... Oh oh Bist du Oma? Ich spring runter Achso, du bist 6 Nee, nee, nee Ich... 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 warte Grant? Ah, da ist... Die Map ist aber cool Da geht's ja noch weiter rauf Flash lebt auch noch Hier hat jemand mehr verloren Ich hab... ich hab 33 verloren Capuze Au Ich auch, hoff ich hab auch was verloren Ja, du hast ja auch damit angefangen Au Sorry, das wollte ich nicht Du bist es doch auch Ich bin doch... Flash Lass mich mal gucken Defias schießt auf mich Ich hab gar nicht geschossen Defias du Luder Ja auf jeden Nein Okay Capuze ist es, frei zum Abschuss Okay Oh nein, was ist... Flash ein Becken Oh, ah Sorry, wenn ich dich beschuldigt hab, dann tue es nicht wahrs Ja, geh hoch Haha, ja Irgendwie gab ein bisschen Angst Capuze? Grant? Capuze! Was gibt's doch nicht? Wo versteckt er sich? Der Schlingel... Da schießt jemand mit einer Sniper Ich hab's genau gehört Oh, Grant ist tot Oh Nefias, wie konnte denn das passieren? Ja, ich weiß nicht Es war Capuze Das sagen sie alle Achso, Capuze, ja Stimmt, wo ist der denn schon wieder hin hier? Gibt's den Traitor-Raum? Ich weiß nicht Ja, aber gibt's hier Na toll Und wo ist der? Wo ist der gerade? Haha So, ich hab ne Flasche kaputtgegen War ich das? War ich das? Naaaaaaah Ist das okay? Nein! Es ist zu still Es ist viel zu still Ich wär von der Disco Nefias, wo bist du? Hinten bei der Windmühle ist Capuze Hinten bei der Windmühle Ich glaube dir nicht Doch Hinten bei der Windmühle Ich hab' die Flasche Und ich dachte du bist gut in Minecraft Hinten bei der Windmühle Hinten bei der Windmühle Hinten bei der Windmühle Hinten bei der Windmühle Irgendwo runtergelaufen Das war ne Kackecke Mann Ich bin auch runtergefahren Von der Map Aber die Flasche hat mich gut getroffen Ah siehste? Siehste? Ja die Leiter Die war knitschig Aber ist das nicht so? Dass wenn du auf der Leiter bist Dass du keinen Eben hast Ist das nicht so? Das ist normal ja Aber nach oben schießen Ist ja trotzdem alles ausgleichen Das stimmt Hey, hey, hey Gib mir die Waffe Flasche Wochenlang war sie ja nicht Egal was du willst Ich schieß dich ab Ohohoho Harte Drohung Direkt im Anfang Ja da züchte ich mir Die ganzen neuen Terroristen Ja ich komm hier nicht raus Lalo was ist das für ein Raum Schau mal hier Das ist ein Traitor Taster Echt? Oder warum? Keine Angst Du musst aber erst drei Fackeln aktivieren Ich hab keine Waffe Machen wir mal Wie aktiviere ich die? Aktivier die drei Fackeln Aktivier die drei Fackeln Aktivier die drei Fackeln Wo sind die denn? Wo sind die denn? Also zwei hab ich vorhin schon Befi hat nochmal auf mich gezählt Anne ist es Was? Anne! Anne! Jetzt hat Darlou grad aufeinander Auf dich du Träumer Nein Ihr habt ne Eczi Die werfe ich mal Ui ich hab sie geworfen Wer ist denn eigentlich Oh Anne ist schon Detective Pass wieder Anne komm hier Anne ist Detective Das ist für ne harte Runde für uns Oh shit Wir sind Follower Ja mein ich Was macht ihr denn da? Ich hab eine Fackel aktiviert Aktiviert die anders Ach Wo sind die denn? Ich habe Fackeln zwei gefunden Die drüben Die drüben Wo? Glaube ich nicht Anne und Kapuze sind's Anne und Kapuze Die beide Shigo gesagt haben Ich hab Shigo gekillt 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 Von hier hinten hab ich doch grad geschossen Ich hab doch Womit ist sie gestorben mit einem 16? Hab ich Ja das war meine Du hast nämlich ne Schockgern in der Hand Seh ich doch Ja natürlich Nachdem ich sie erschossen hab Also ich bin safe In dieser Waffe hab ich sie getötet Ich bin safe Leute Ich versteck die Leiche jetzt noch Oh nein Nein Jetzt Eine Fackel muss noch aktiviert werden Mich verfolgt einer Das ist der Trader Wie sehen die Fackeln denn aus? Grants Das sind einfach nur so Redstone Fackeln Ah ich hab die Und weg Essie Ich hab die dritte Fackel aktiviert Der Traitor Test ist scharf Ist es ein Traitor Test oder ein Traitor Trap? Ich wills doch wissen Ich wollt grad holen Push the button Toll kann man nicht mehr Sorry Schigo Er hat sich schlecht getroffen Der arme Steve 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 Was kann Steve denn dafür? Das ist voll unrealistisch Man kann nicht über die Zäune springen Steven 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 Was geht schon los? Steven 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 Da war ein Glowstone Block der nicht geleuchtet hat Voll unrealistisch Voll unrealistisch Fünfzehn kurzen Hab ich noch Dreizehn Aktiviert die Wo ist die zweite Fackel? Aktiviert die Shigo Aktiviert nicht Shigo powers go Dalu was ist du? Eine ist ganz hin Tja wenn ihr wüsstet Was ist ja erstmal einer Was? Eine Fackel aktiviert Sehe warst du Traitor vorhin? Nein Dann hätten die Traitor ja gewonnen Oh nein Dalu Ich hab das nicht gesehen Ich war grad am desktop Na ich hab echt gedacht dass es du warst Ich hab eine angemacht Dalu Ich hab eine angemacht Dalu Wer hat das Feuer noch nie geworfen? Dann sind jetzt alle an Wer war da rein? AGP beschützt mich Was ist denn die M3? Was ist denn die M3? Lass mich rein Lass mich rein Doch drück nochmal Ja doch das ist grün Komm mal raus Die ist grün Guck auf das Minecraft Mannequin Welche Farbe? Grün ja Genau und ich denk mir ein Traitor Das macht dann Leute der Creeper Kopf Mach mal Nephi Ja ja Schade Ja aber so das Das ist das geile Das ist ein Traitor-Check Wo der Traitor das Ergebnis nicht sehen kann Das ja genau Popboot hat mich von der Plattform geschubst AHHHHH Ich hab nicht echt Aber er weiß das doch oder? Ja klar man weiß ja Auf welchem Fach das Ergebnis da kommen wird Vielleicht hat der Traitor einen Knopf darüber Den er drücken kann Das weiß ich nicht Oh shit Kapuze kapuze du Arschloch Kapuze Hat mir die Falle gelogen Hä Ich bin Ich bin Grants is is Grants is is Wir sind in der Falle gestern wird's Shigo ist schon tot Ich sterbe jetzt auch nicht Grants is is Das ist doch Quatsch Ich bin tot Beide aus schießen Mir egal Hey hey Was willst du von mir? Jetzt wird's radikal Ich hab einfach nur geguckt Jetzt wird's radikal 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 Reihe radikale Wo ist denn diese Traitor Falle? Kapuze Grenzi Wir müssen weiter nach oben AGP Scheiße AGP sie haben uns enttarnt AGP ist Detektiv Wir hätten da grad auf mich geschossen Ich hab's nicht gesehen Ich auch nicht Prenzi Benzi Borschi Borschi Raider Reno ey Boah wie hast denn den Schuss überlebt? Haha Du hast dein Leben gehofft Du bist abgestattet Alter Aber das sah cool aus Du stehst da so in der Ecke Ich hatte scheiß Mac10 gehabt Ja Dalu Ja was denn? Grants war das ja Hätte ich mir ja denken können War der Grants? Keine Gnade Ja ich hab aber Flash erschossen Warum machst du sowas? Weil sie Traitor war Ja aber warum macht sie sowas? Das ist das Mikro von Flash was piept Ja Echt? Du hast so ein leises Piepen Meins mal Aber es ist nicht so dramatisch Das ist so wie ein Tinnitus Ach nein Das ist nicht so dramatisch So wie ein Tinnitus Ich hatte mal über ein Jahr Ehrlich jetzt? Ja Ja Das ist über ein Jahr her Für 10 Millionen Genau Ich hab auch Wenns ganz leise ist Hab ich auch einen Tinnitus Achso echt? Ich hab auch Manchmal bin ich geschmissen Echt nicht Oh oh Dalu Aber die Traitorfalle Hat euch mal schneller töten Ich hab Dalu abgeknallt Natürlich Ja und dann bin ich weggegangen Ich bin schon wieder das ganze Malte an Ach Shivo was hast du da gekauft Sorry da hab ich dich umsonst beschuldigt Jetzt hat Flash wen abgeschossen Shivo ist im Shop Ja Mit meiner M16 Ach hier ist die Backe Ich hab einen Facken gefunden Flash Warum machst du sowas? Hier Nefi Shivo ist im Shop Weil ich Traitor bin Also deswegen Shivo Ja Flash 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 Das muss man dazu sagen Wie kommt man denn da rein? Ich kauf immer für die Gäste den Traitor Pass Ja Echt? Das schmeißt dir immer ganz schön in die Schule, Grant Ja ja Weil der wurde ja teuer Der ist ja teuer geworden Nur das Beste für die Abonnenten Wenn man 10 Euro mehr zahlen müsste so Wurde auf einmal 10 Euro mehr abgebucht Ja Das ist jetzt neu Montags Als Motivation für Anfang der Woche und 10 Euro mehr Ja ja Wenn du den Montag kaufst zahlst du mehr Wollt weg an eine Pizza kaufen Dann lohnt sich ja voll Denk mir so Anne Also ich hab hier den geilsten Ausblick wo ich bin Der hat einen Stalker Habt ihr mich schon gesehen? Du verschießt doch wer Lass mich raten du bist oben Ne ich bin unten An so einem Abhang Schigo mach was Dalu Karte ist bei mir Oh Dalu auf was hast du jetzt geschossen? Mhhh die Sonne Lauf dir einmal nach Schau mal Wenn ich sterbe dann haben wir den Den Schlawiner Hallo hallo Und du bist es leider Nein Horshi Nein Nein Hinten kam das Kapuze Kapuze Da warst du aus anders Nefi Nein Nein Jemand Schleber Nefi Agibide Dalu Pass auf auf ihn Ja ich hab auch an ihn gedacht Spitzendetektiv Weißt du das? Spitzendetektiv Deswegen bin ich ja so hektär Hysterisch geworden Spitzendetektiv Nicht hektärisch Spitzendetektiv Marcel Was machst du so? Bist du tot? Nefi hast du es wahrscheinlich runter gefallen Und Horshi ist Trader und der andere ist Agibide Dalu Nein der hat mich fast gekillt Der hat mich fast gekillt Der ist noch so viel andere Warum glaubst du das wissen? Ich weiß was du es bist Warum? Steht da Sieht man dir an Der starrt die Spitze an Ah Dalu Kart ist hier Ja siehst du Bedrohlich ist der Dalu Kapuze und Anne Kapuze Der Dalebelt Das sind wilde Vermutungen hier Spikulationen Immer Hier ist ne Diegel Ich brauch jetzt Treppen Ich will ne Diegel Dalu wäre voll der schlechte Polizist Wenn er jemand sehen würde Würde sagen Oh du ich nehm dich gefangen Einfach so um sicher zu gehen Das ist immer nichts Ich hab gehört das ist auf den Games Von einigen Leuten auch passiert Was? Gigo AFK Ich glaub Shiko ist im Traitor Was? Gigo AFK Nein die ist einfach kein Ort Ah Du bist ja gut oder? Vor Treppen Oh da liegt wer tot Wer ist das? Wer ist das? Gigo Shiko wurde mit der Startpockey gekillt Ich war's nicht Ich war's nicht Ja muss ja dann Flash gewesen sein Ich war's Leute Ja sie AFK sie muss im Traitor shop sein Jetzt liegt die Leiche Entschuldigung 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 Du bist tot Ich weiß Halt die Klappe Keine AFK Hat er die freundliche Ader rausgepackt Kapuzen und wirft ne Granate nach mir Das war ne Disco Die böse Disco Oh Warte Shiko ich nehm dich mit Nein bitte nicht an ey Ich bestatte dich in den Treppen In dem Stall Du brauchst aber lange um einen Block abzubauen Es ist eine Spitzhacke gegen den Boden Oh Gott Wird geschossen Wird geschossen Wird geschossen Oh Shikolino Warte wo leg ich dich hin Du Minecraft noob du Leute Alle die da unten jetzt nicht auf Horchi schießen Die baller ich auch ab Oh Gott Horchi ist schon lange confirmed Horchi ist es? Ok ich weiß nicht Wo ist Horchi? Und Horchi jetzt Wo ist Horchi? Wo ist Horchi? Stand bei euch Der ist die ganze Zeit mit euch rumgelaufen Ich bin im Haus gewesen Horchi ist doch tot Du hast alle confirmed oder? Horchi war Indo Das ist ein Dead Ringer Ach so ein Blatt Er hat doch gerade Jallert Hier Flash Jalalalalalalala Nefi hat Horchi verdächtigt Und Horchi ist tot jetzt oder was? Wo bist du? Ah warum willst du das wissen? Weil ich dich nicht sehen Weil du da Du bist der böse AGP Gibst zu Ganz bestimmt Wenn ich sterbe Das ist der liebe AGP Oh Guck mal Oh Wie kann man das aufheben? Ich hab den Grapplinghook Ich hab den Grapplinghook Wie kann man das aufheben? Mit E du musst E drücken Achso E Das geht aber nicht wenn du Traitor bist Sonst müsstest du nur drüber laufen Yeah AGP ist das confirmed Der hat nen Dead Ringer Echt Das schweiß Oh man Wie ist er loben? Das war ja Das war so doof AGP schießt mich mit der Silent Snipe ab In dem Moment steht Horchi hinter mir mit nem Light Saver Und ich denk so Horchi Ja sowas passiert ja öfter mal Aber Daniel ich war das echt nicht mit Chico Ich hab gedacht ich kann niemanden Ich hab Chico ab Ich hab ja ich sag ja immer nur Vermutungen Du lügst immer nur Weißt du das? Oh nein Chris Kaya Diegel Boah jetzt gehst du hier hin damit du mal Waffen kriegst und Anne war schon Ja ich hätte Waffen für sie vorbereitet Danke ich hab schon eine Vielen Dank Bitteschön Danke Vielen Dank für die Waffen Viel zu wenig Shotgun Ich hab so einen 5 von allen Haufen gesehen Aber ich weiß noch nicht Wie kann man nix Der Grant ist ja wahnsinnig Der wirft ja ne Inz hier in den Holzhaus Oh Gott Wir drüben am Limit Was? Oh Sehr verdächtig Harte Sache Harte Oh das war ne Inz Ja jetzt ne Ding in Smoke Oh Ich würde nicht lang gehen Kapuze Ja Oh Flash Oh Flash was war das denn mit Oh Anne was war das denn mit Schön Tschüss Anne Geht's denn hier hin? Ich hätte schubsen sollen Wieso ist dein Boden da weg? Das war diese Falle Den Chat aktivieren kann Du hast mich angerempelt Du hast mich angerempelt Wer jetzt hier oben Weg Argebrände Zeit zum Stärafel Ich bin kurz Argebrände Argebrände Du hast mich angerempelt Mach sie den Nightshade Au 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 Macht sie den Nightshade? Wer ist er eigentlich? Wer ist da oben? Der Arlo ist da nicht Ah! Da hat jemand mit das Leif auf mich geschossen Da hat jemand den Goro beigetanzt Leute Ich war dabei Wer war das? Ich hab ihm ein Leuchtturm Du hast dich nicht mehr hinterher Da wo das Feuer Da wo das Feuer Und ich bin tot Flash Wo ist er denn? War eine AWP oder? Was heißt da? Flash gesagt Flash Wieso sagt er Flopper? Ne der war zu schnell Ne der war zu schnell So schnell fällt ja keiner Zwei mal Flash dann Wooh! Rissiko! Wow! Der war geil was? Das war einfach so ein Ruf Mit Kapuze Kapuze Mach es! Ja er hat gedacht ich kann ihm noch helfen Hier ist es gefährlich Du bist gefährlich Du warst doch gerade genau vor mir gestanden Aber da brennt's Da brennt's Ich bin's nicht Wieso bist du heiß oder was? Oh Achso Der Ding ist Hey 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 Oh Flashy Flashy Oh ich häng fest Hier oben ist nichts Das ist eine ganz kleine Plattform Taris kann ich hier oben stehen Danke AGB Bin ich tot Anne was kann man hier machen? Bist du gar nicht? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Es ist kaputt Ich glaub auch nicht dass es kaputt ist Ich glaub auch nicht dass es kaputt ist Einmal durch Ich bin innocent Wirklich wirklich Nee 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 Doch doch Lass mich durch hier nicht Oh warum Das ist voll langweilig Oh ne Scheißes Flash Ist eigentlich auf neustisch Ist eigentlich auf neustisch Nein Warum musst du werfen? AGB ist es Leute Ja Er hat den Gorobei getanzt Ich hab den Gorobei getanzt Ja Was ist denn bitte jetzt der Gorobei? Das was sie getanzt Tja Das ähm Lass mich durch Hast du geschossen? Ja Bist du wahnsinnig? Aha Das war ansehensfettig Ja ist so geil moll Oh wer steht denn da hinten und snipert? Zapuze Der Akepulze Wie sieht man doch wie der Grapplinghund gar nicht hoch So so Oh Was macht denn die Anne da? Ahhhh Ein bisschen ja Zapuze Zapuze Du brauchst dich nicht füllen Ahhhh Da kommt noch viel Da kommt noch viel Oh Da war es Es war Flash Flash warst oder ist der runtergefallen? Nein Das war eine ABP Was hat man doch gehört? Hat man auch Ich hab's nicht gehört Jeden hab ich auch nicht gehört Ich wollte Flash Die Flash hat weiß dass ich der Gute bin Ne Fias du bist Bin doch auch schon verletzt worden Nur weil du irgendwo runtergesprungen bist Kann mal einer die Leiche von HP confirm? Der ist runtergefallen wenn das der war Der mit ABP ist runtergefallen Oder eigentlich Ja einer ist glaube ich tot Wer ist Wer war das? AGP 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 Kann man dem confirm an? Dann wissen wir sicher Hallo? Gute Rutsige Deadring hat Anne Anne Wenn ich tot bin Das ist Anne Flash lebt auch Ich scratchy Anne hat ne Diegel Anne Anne hat ne Diegel Die Anne lag kann sein Schuss mich runter Lack? Lack? Anne lagged Legged Lackged 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 Lass mich Kapuze kommt von Turm runter Daniel Soll ich ihn erschießen? Warum? Weil du eine Sniper-Position hattest da oben? Ja, ich wollte schauen, wo... wer oben totliegt. Wo das Auto schief steht. Ich hab nicht mal den Sniper wie viel, ich hab mit dem viel gehangen. Ja, heißt ja nix was. Traitor-Slot und so, ne? Flash? Ich glaub, Flash ist das. Naja, ich bin's... dieses Mal nicht. Dieses Mal? Uh, laggy laggy. Nächste Runde wieder. Nimm das Wasser aus dem Mund, Anne. Anne ist es, Leute. Bluh 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 bluh. Vigo lebt auch noch. Ich lebe auch noch. Hallo Nephi, du bist ganz schön angerannt. Ja, weil ich ganz schön... ...vergewaltigt wurde. Er hat mich vorbeschuldigt, der Schlawide. Und gestompt hat, kapuze mich vorhin auch noch. Boah, eiskalt. Doch, im Turm. Wärts so runtergeklärt, hast du mir Schaden gemacht. Was machst du da? Wenn ich das jetzt sage, versteh das? Bluh 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 bluh. Bluh 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 bluh. Nicht stehen bleiben. Uh! Was macht die denn hier? Feines? Kannst oben aufm Haus, wer ist das da? Oh Gott, wenn du jetzt schießt. Oh Gott, wenn du jetzt schießt. Dann bin ich tot. Was hast du für ne Waffe in der Hand? Was hast du für ne Waffe in der Hand? Was ich für ne Waffe hab? Ich hab ne Arme. Oh, scheiße. Oh, drum gehts! Oh, na na na. Geh mir bloß mit dem Ding weg. Kapuze confirmed. Kapuze frei zum Abschuss. Uah, da da du. Zum Ende oben, oder? Nein, ganz hinten, am Ende der Map, auf der niedrigen Seite. Ah, du! Ja, ja, an den beiden Steintürmen. Da, bin noch mal. Er ist gleich tot. Du leidest doch schon, der ist tot. Sorry, Kopfhutze. Ich bin runtergefallen und dann wollte ich noch ein bisschen Verwirrung schippen und hab einfach Flash gerufen. Achso. Ich dachte mir wirklich, dass die Flash nicht runtergeworfen hat und hab dann irgendwo unten gesucht. Jetzt hab ich einfach gekillt, weiß aus Grenzen, hab ich hier unten gesucht. Das wär so geil, wenn ihr sie einfach abgeknallt hättet. Was, Flash? Dann wär der Plan voll aufgegangen. Dann hätte ich immerhin noch ein bisschen Panik gemacht. Ja, schon, schon. Ach, Mann. Aber, aber, aber dann lief ja mich die, wie die Gange, schön rektal. Ja, die Gange rein, ey. Oh, die kamen oben wieder raus. Oh, ich hab die Schuze getrunken. Ja, Mann. Die E-Fantasten. Hör dich kaum, Anne. Es tut mir leid, ich weiß noch nicht was los ist. Hör dich gut. Hör dich gut. Ach, Anne, du bist auch dabei. Hallo, Anne. Ich will ne Shotgun hab. Hä? Ich will so einiges haben. Okay, Flash ist wieder Trailer, Leute. Frei zum Abschluss. Okay. Werd mir hier angezeigt. Flash ist es wieder? Ja. Werd mir hier angezeigt. Was stimmt das, was die Gerüchte so über dich sagen? Was sagen die? Heilige! 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 Was sagen die? Hm. Flash ist so schnell. Captain Horshi. Halloween Grands again. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Der Klassiker. Ich sche triste ihn auch nichtВотern. Wie geht der Windsspie? Who die? Auaaaahuaaa! Aua! his Hit dikk fram! Productje! Was denn? Was ist denn für ne Stelle denn? Oh nein, vielleicht ist es wundlich. HANN sein denn? Die Stelle! Nefias hat ne Silen Sniper in ner Hand. Ne arpo! Was? Lass mich durch! 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 Was? Ich bin's überhaupt nicht! Warum bin ich's? Du wolltest mich doch in der Falle locken! Ich hab dir gesagt, hier ist die Stelle! Ich hab doch nichts gemacht! Ah! Gib mir, du steckst! Du steckst in mir? Ah, hier steckt es! Eww! Stalker! Was? Wo hab ich was gemacht? Oben! Wir wollen doch nicht, dass hier jemand wieder runterfällt, oder? Niemals! Ich hab nichts gemacht, Mann! Jetzt ist er frei! Ich hab ne AR-15 in der Hand! Was? Wenn jemand bei dir ist gerade... Wer streckt mir denn deinen Arsch da entgegen, meine Fresse? Geh weg! Was ist ge... Wo bist du denn? Dein Vater, Kleiner... Au! Lass mich durch! Wer war das denn, bitteschön? Alter! Das war Nefi! Das war Nefi! Ich geb das war Nefi, oder? Eiskalt, ey! Das war Nefi! Oh Scheiße! Sorry! Nein! Shigo hat auch... Ah, sie war's auch. Ja, Agipi und ich haben sie erschossen. Ich hab auch mit drauf geschossen. Ja, klar! Ich auch! Ja, die hab ich doch von ihr, du Nase! Oh, da ist ein Flopper! Da ist ein Flopper! Flopper! Wurde gefloppert! Wurde gefloppt! Horschi, hast du nen Flopper? Nee! Ja, okay, dann musst du... I have a bad kid! Ja, ich wurde angeschossen! Ich auch! Oder jemand hat mit der AWP... Das ist ne AWP, ich wurde angeschossen! Naja, schnell Versuch! Wenn du angeschossen wurdest... Vom... Vom Turm aus kam das. Ich hab nen Traitor getötet. Ich bin dein größter Fan. Ja, schnell Versuch, schnell Versuch! Medizin! Hast du... Ist da Flash heilen? Einen Kraftstoff... Der gibt's nicht! Ah! Ich will aber mehr! Nein! Doch! Das schmeckt so gut! Danke! Das bin ich! Das bin ich! Auf wem schießt? Ja, du hat eine Silent! Kill den! Ich schieße auf ihn! Da oben ist er! Da beim Haus! Ja, Ludi! Hinterher! Hagepi! Weiter gehen! Da drin ist er! Wer ist Merlin? Merlin! Wer ist genau vor meiner Nase? Wer ist denn? Merlin! Komm du sitzt! Genau neben mir packt ihr den Merlin lautsch auf! Das war einer drin, Leute! Da war ein nervöser Finger, verdammte Scheiße! Ich hoffe ich hieß, das ist kein Problem, oder? Ich muss das nächste das kaufen, wo ich dann auch explodier! Hält es mit ne Hand! Ohhhh! Das ist Grant! Gerade wo ich so gut war! Ganz ob! Wo ich so gut equipt war! Meine Waffen nicht mehr! Die hat es schon fast max level! Ich kann meine Waffen nicht mehr sehen! Du hast doch auch rumgeschossen! Der sieht das nicht! Nein! Du hast doch auch rumgeschossen danach! Auf ne Wand ey! Ja ist mir egal auf was! Ich brauch keine Waffen nicht so! Ich brauch keine Waffen zu sehen! Ich kenn diese ganzen unnützen Waffen nicht, ey! Siegel, Shotgun und Scout, ey! Alles andere spielt doch keiner! Ich hab halt nichts anderes bekommen, Mann! Ich seh meine Waffen auch noch nicht! Nervvoll! Ich hab so Fackel angemacht, Leute! Ich bin's nicht! Können wir das irgendwie ausmachen? Dass wir auch wieder sehen? Der Elecane! Oh oh! Achtung, Disco! Wuuuh! Skieskan! Doch! Das ist ne Disco! Da hat einer geschrien, deswegen dachte ich grad, du bist das! Ich bin Detective! Loopsie! Ich hab ein Müsterchen! Agipi beim Tradershop! Was war ich? Ich hab doch grad eben die Incidentista beobachtet! Der Agipi wieder! Komm, wir schubsen ihn runter! Niemals! Schwimmlein! Wollen wir viel Blut sehen? Okay, wir spielen jetzt Schubsen, spielen! Ge weg! Wieder Schubskreis? Nein! Ich hab sie nicht! Genau, die wird eingeschlagen! Warum Kapuze? Weil, weil der Granz hat den Agipi-Verdächtiger und ich hab ihm gesagt, ich muss ihm helfen! Boah! So nett, okay, dann schubst du dich nicht herunter! Ich seh meine Waffe irgendwie nicht! Ich schubst jetzt erstmal für die falsche Verdächtigung runter! Loopsie! Aua! Agipi hat mich gern! Horchi! Wusstest du das Zeug? Da wäre auch die Incie geworfen! Nein! Hätte es, weil ich die Incie hab ich geworfen! Doch! Ja? Ja! Ich hab nen Traitor im Blick! Nein! Ich hab noch nie, ich hab noch nie nen Goro bei so schön tanzen sehen! Warte, Horchi schießt! Horchi, Horchi! 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 Ist mir doch schon! Warum du erlebst und kein Leben, Horchi? Weil du mich nicht trippst! Jetzt! Horchi ist tot! Ich hab Horchi gekillt! Ja, war Kapuze! Guck mal, was mein Traitor-Kollege, also was der Traitor-Kollege macht! Wer is es? Weil sonst raub ich hin und rein! Nein, nein! Ich hab alles im Blick, Kapuze! Hier liegt noch was unidentifiziertes, mein Freund, Kapuze! Was hast du getan? Kapuze, was hast du getan? Hast du nicht! Hat er nicht! Ich hab Horchi gesnipert! Kapuze, das stimmt nicht! Kapuze kann der andere sein, wenn er ne... Kapuze hat nen Silent Sniper! Kapuze hat nein! Horchi hatte keine! Horchi hatte keine! Es ist Dalu! Ich schwör's nicht! Es ist Dalu! Du hast ne Fummer, das war ihr, Ohasse! Dalu! Sniper auf euch Leute! Es ist Dalu! Fleisch, du was! Es ist Dalu! Es ist Dalu! Leute! Flash war im Traitor-Shop! Ja! Es ist Dalu! Es ist Dalu! Das würdest du niemals tun! Flash hat den Goro getanzt! Am Anfang der Runde! Ich weiß gar nicht, wie der Goro geht! Und Flash verfolgt dich auch! Du darfst Kapuze ruhig abschließen! Ich hab nix mitbekommen! Ich guck auch weg! Wo ist der Suchzinn? Ja, wach! Wie spielt die Mindgames? Mindgames? Ich glaub's, nimm's nicht! Oh! Da ist er! Wo ist er? Wo bist du? Wo ist er? Kapuze, wo ist er denn? Geil! Hilf mir! Wo bist du? Flash nutzt doch wenigstens die Chance! Ich glaub ihm... Das ist doch langweilig! Dank dir, dass ich will uns verraten! So! Flash hat zugegeben, Leute! Nein, nein, nein! Das ist nicht Flash! Es ist, Leute! Es ist Flash! Du bist es! Ich such dich! Es ist ein Mädchen! Ja, da wird man nicht Traitor! Hab ich ganz vergessen aus dem Skript zu nehmen! Ja! Will ja hoffen hier! Wo bist du, Daylo? Oben auf dem Turm! Komm her und hol mich! Oh oh! Da bist du wirklich! Ah! Ja! Da bist du wirklich! Ah! Ich bin das nicht! Flash ist oben! Bist du dir sicher, dass es nicht du bist? Ich bin es nicht! Komm hoch! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Und er war doch mit... Er war doch mit dem Lightsaber! Muss aufpassen! Muss aufpassen! Das ist da! Oder wie viel... Hä? Oh mein Kapuze! Jesus! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Talusot! Oh! Shit! Er hat doch eh schon rausgekriegt, dass ich so bin! Du bist es! Oh Mann! Was ist denn? Komm her! Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Das ist kaputt! Nein! Oh shit! Ich dachte echt, dass es da noch wäre! Ich dachte auch... Leute, ich hab Flash da schon am Anfang der Runde confirmed! Das muss doch lange nichts heißen! Aber warum sagst du, dass du Horch abgestellt hast? Und ich wusste, dass er mich konfrontiert hat! Ach, das ist Spaß! Oh! Du verwirrt! Ja! Ach, war das ne schöne Runde, ey! Oh! Ich hab hab ich kippt! Aber Lager da! Aber ich wollte Flash für den Gorobein nicht abschießen! Du hast keinen Abschluss in Ruhe! Dann war ich schön! Dann ist es oben! Flash hat den Gorobein! Aber so richtig lange auch! So, was macht die denn da im Shop? Nein! 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 Wer war das? Machst du das? Das war Kapuze! Das war Kapuze! Das gibt ein Rache-Kill! Das gibt ein Rache-Kill! Das schnapp uns Kapuze, Leute! Du hast die Waffe geklaut von uns! Wer hat die Shop-Gun geklaut? Wer hat die Shop-Hotgun? Wer hat die Shop-Hotgun? Wer hat die Shop-Hotgun? Wer hat die Shop-Hotgun? Dann bin ich Detective! Oh! 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 Oh, Anne! Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-Rottika-R Warte jetzt, aber du, nein. Geh aus dem Weg. In dem Moment, in dem deine Kugel aus dem Lauf kommt, bist du tot. Meinst du die Kugel? Oder die? Oh, das war der Fuß. Hups, das war knapp. Oh, dein Traitor-Kugel. Das war sehr knapp. Warte mal. Uh! Go Huge! Attack! Ich starte sie! Bam! Hey! Oh, ganz schön blass. Horchi, wer ist es? Horchi? Nein, es ist Kapuze. Warum soll ich sein? Jetzt geh mal ran da. Geh mal ein paar Traitor-Kirchen hier los. Kapuzen, Horchi? Dir? Nein. Ich hab keine... Verdammt, da gibt's ja auch noch... Ach komm, nimm mal die. Willst du einen Shotgun haben? Ähm, immer gern. Hast du meine Identität schon geklaut? Nein, bin ich nicht! Würdest du mich anlügen? Pff! Das ist wirklich Kapuze. Horchi, hier, schau mal! Was bist du? Mein Name ist es great! Ich bin ein Individuum, und du? Mein Hut! Was bist du? Welche Rolle hast du in der Runde? Oh! Ohohoho! Kannst du die Bar hier tragen? Ja. Ich steck's mir auch, ich glaub, ja. Hast du meine Mark? Ohne zu lügen. Arne? Ich hab ein Heldnis noch. Ich lübe niemals. Ich bin ein Individuum. Ich bin ein Detektiv! Ich bin ein Detektiv! Was bist du? Ich? Was? Wir sterben! Mensch, jetzt tut was dagegen! Anne! Du bist alles! Aber du hast doch gesehen, dass der Dings da runtergeflogen ist und Anne da rausgeflogen Anne oder Kapuze waren! Anne ist tot! Ich geh im Kreis! Anne ist tot! Nefi, wo bist du? Schau mir in die Augen! Oh, das ist Horchik! Nein, nicht Horchik! Schau mir in die Augen! Was bin ich? Schau mir in die Augen! Was bin ich? Was bin ich? Das würdest du nicht nochmal machen! Ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt abdrückst! Du musst doch still werden! Du kannst jetzt gar nicht in die Augen kommen! Wenn du jetzt schießt! Nein, ich hab die Anne gekippt! Schieß doch! Okay! Jetzt weißt du, was ich bin! Jetzt weißt du, was ich bin! Also, lauf! 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 Du weißt, was ich bin! Also, geh! Nein, ich war's nicht Kapuze! Du hast doch sofort Anne gesagt! So, jetzt haben wir gar nicht zugehört! Was ist denn hier los? Einen Töchter schon tot, der Detektiv auch? Da flog ein Headpatter! Das ist der erste Trader! Der hier! Oh, ich bin angeschossen! Ja, ich weiß, dass du's bist! Ah, ich bin angeschossen! Irgendwie alle fliehen noch! Warte, wer lebt da noch? Das sind Headcraps! Achtung! Okay! Diego ist da, Dalu ist da! Oh, Nephi wurde angeschossen! Wurde angeschossen, ja! Dann kannst du noch... Lebt Granz noch? Ja, ich bin hier hinter Dalu! Teleport! Hier hat einer teleportiert! Wohin denn? Ja, ich seh nur den Ausgang! Hier hinten? Hier hinten war Nephi eben! Nein, nein! Nein, Nephi wurde doch angeschossen vorhin! Ja eben! Ja! Und... Granz, du bist das der mit dem Teleport! Ich glaub ich, Granz und der Haul! Okay, lass mich vor Nephi killen! Ach, ich bin ja keine Tick-Tipp! Schon dabei, aber was? Ja, gibt dann schon wieder noch einen Kill! Sag du dritt mal die Tick-Tipp! Ich bin ja gar keine Tick-Tipp! Horchi ist es! Horchi oder Granz! Horchi lügt! Anne ist auch so! Stimmt! Gelogen hab ich eigentlich auch so gesehen! Horchi lügt! Aber ja, ist dumm halt! Wieso ist das ein Anzeichen für? Wo ist denn Nephi? Weil ich... Wo ist denn Granz? Warum soll ich sie dann... Dann bist du Nephi! Das ist ja auch Nephi-Kapuze! Ja, aber warum soll ich sie konfirmen, wenn ich weiß, dass sie da drü- im Tod liegt? Oh, da ist ein Traitor-Gang aufgegangen! Nephi! Da! Nephi! Nephi ist im Traitor-Gang! Ist wieder zugegangen! Habt ihr's gesehen? Ja, ich hab's gesehen! Das ist Nephi! Nephi ist da drin! Sag ich doch! Ich hab nämlich auch auf Nephi geschossen! Ja, passt! Weil Nephi war als, äh... Headcrap Launcher... Ja! War ja da hinten links! Ich dachte, dass ich... Der Anne war da auch! Okay Nephi! Bist ein blöder Nephi gewesen! Warum? Pöcher, pöcher Nephi! Nephi, wo bist du? Oh! Das war knapp! Dalu, wieso gehst du da hinten lang? Wo? Hey, ich bin hinter dir, Grants! Ach, okay! Gibt's da noch einen zweiten Gang ran? Oh, er hat schon wieder teleportet! Wieso? Hier ist noch der erste Punkt, oder nicht? Ja, da rechts drin! Ach, hier, ja! Nephi, wo bist du denn bitte? Ja, wo bin ich denn? Ja, wo ist der? Da ist Shigo, Shigo! Kann nur oben im Turm sein, Leute! Der Teleporter muss im Turm sein! Also im Großen! Okay! Weil von da aus kam er dann auch auf die eine Esel! Ja! Ich bin außen dran! Renz, was machst du? Ich schaue... Auf mich wird geschossen jetzt, Leute! Ich bin vielleicht gleich tot! Von wo ungefähr? Keine Ahnung! Wo bist du denn? Ich stehe draußen in der Mitte auf der Esel! Ah, okay! Ich geh ab Turm Shigo besorgen! Ja! Auch die Richtung ist auch unbekannt! Ne, weiß ich wirklich nicht! Da geht's mit meinem Hut her! Antubi kaum, Antubi-Skarna, Antubi kaum, Antubi kaum! Nicht man contraven! Ja, wo ist nou denn denn? Ich kämpfe nicht! Ich beweg' dich die ganze Zeit! Bist du unsichtbar! Nein! Bist du verkleidet? Man muss doch vorher an чистigen, wenn man uns Knight-T access shee t5 get! Das ist kaputt so… Oh, oh, ich erschieße! Der Schivieltraider ist so eine Scheiß-Waffe, ey! aber brauchst du ja keintes töten, oder? Fullquad! Gut, ugh! lebst du noch muss er ja sonst wenn ich gut hier hinten ist er da du wohl sich immer dort ist er wollte er sich jetzt wieder weg noch 1 30 theoretisch er muss jetzt machen gleich ich habe aber angst vor dem tod Mensch, wo ist er denn? Nee, du Kapuziehnse. Fack. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschau.